Liebe Studenten, ich wollte mich von Ihnen verabschieden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch mal alles Gute für die Klausur. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Zusammenschnitt hier aus dem letzten Semester für Sie dann vorbereitet. Ich hoffe, dass Sie sich gerne an diese Zeit zurückerinnern, wenn Sie alt sind. Und ich hoffe, dass Sie natürlich auch die Klausur gut bestehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.